Es ist Sonntag, hier ist MobilePoint und das sind die Themen. Los geht's! Der Mobilfunkanbieter Phonic will kommende Woche eine All Net Flat für rund 25 Euro herausbringen. Diese Flatrate soll sich gerade an jene Nutzer richten, die viel telefonieren, aber auch das mobile Internet nicht ungenutzt lassen. Bis zur Drosselung hat der Kunde dieser All Net Flat ein Datenvolumen von etwa 500 MB. Das Entwicklerteam des Go-Launchers hat nun einen eigenen Android-Browser herausgebracht. Der Next Browser bietet speziell an Android angepasste Gesten sowie eine Lesezeichensynchronisation. Wer mit dem Angebot des Browsers nicht zufrieden ist, kann sich auch noch kostenlos Erweiterungen herunterladen. Der Browser ist kostenlos im Google Play Store verfügbar. Die WWDC-Konferenz steht an und es sind vor kurzem brandneue Gerüchte über iOS 7 aufgetaucht. Dass iOS 7 radikal überarbeitet wird, ist ja schon länger bekannt. Jetzt besagen einige Quellen, dass die Benutzeroberfläche schwarz-weiß und komplett zweidimensional sein soll. Das Design soll also insgesamt schlichter werden. Wie das Ganze letztendlich bei den Kunden ankommen wird, ist unklar. Jedoch wird es sehr wahrscheinlich für Aufregung sorgen. Das Sunflex Uno ist ein auf Android basiertes Tablet, welches Tablet, Spielekonsole und Smart TV in einem sein soll. Das Tablet bietet ein 7-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1200x800 Pixeln. Außerdem läuft es mit einem Quad-Core-Prozessor und einer eigenen GPU. Im Sommer 2013 soll das Uno ab 200€ in Deutschland auf den Markt kommen. Die Benutzeroberfläche des Unos basiert auf Android, ist jedoch vom Hersteller individuell angepasst. Das war es auch schon wieder mit MobilePoint. Ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja abonniert, kommentiert, favorisiert, was auch immer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Nacht, was auch immer und sage hiermit Tschüss!